so herzlich willkommen zurück in diese kirche würde ich mal sagen oder sowas ähnliches hier bei dark souls ja ich bin ja letztes mal hier rein und dann die treppe hoch dann habe ich aufgehört und jetzt muss ich hier oben irgendwie lang klettern oder warum dann versuche ich das mal habe ich hier einigermaßen gut durchkommen aber hier oben im Nahkampf zu kämpfen ist auch ein bisschen blöd ich kann ja mal gucken wie das mit Pfeil und Bogen ist Warte mal äh mein Feuer lang bauen so feiler wäre genug da habe ich immer wieder mal ganz viel ausgegeben so jetzt nicht nennen verkehrten Schritt nach hinten machen so mal gucken was sagen die denn wenn ich die mit einem Pfeil treffe Utec da war Millimeter daneben das kann aber nicht wahr sein und zack 17 was denn Kati auch der Messer okay ich habe zwei Wurfmesser bekommen Moment ich heile mich einmal hier mit so oh Gott 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 ja warum ist das so hoch sah und dann auch so schmal da liegt nichts das ist aber ganz schön höher da hat ein bisschen leider kann ich erkennen so wie kommt man denn an das ding da unten dran an die kronleuchte muss man da runter springen oder was oder kann man das durchhauen ich hoffe ich komme dahin oh Gott das ist so hier Millimeterarbeit oder was okay und gut nun ist es da unten dann dann lock ich dich mal hierher äh ich muss mal vielleicht sagen na warte mal links und jawohl komm du mal her komm du mal her zack ok oh Gott da war ich etwas schneller da war ich etwas schneller auf dem ja gerüst ist es ja nicht auf den ganzen Balken hier ach das ist eine Treppe ok ähm da lang der die leider runter und dann so genau ja ok da ja da 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 das ist so ach das nebel aber da geht ja nur nach draußen soviel wir nein nein da was macht die ich will zu stechen davon auf einmal geht es zur seite hin okay gut mich verdauern So. Er war noch ein Minute. So. So. Das ist ja dann blöd, jetzt sind wir doch hier auch wieder wieder da, haha. Aber gut, die ich hier mit dem Schwert machen kann, die gehen ja noch. Hi. Wobei. Haha. Kannst du auch nicht mal treffen. So, mach mal das. Äh. Ne, hat nix. Hat nix. Nein, der läuft ja noch nix. Gut. Ei, 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 ei. Puh, okay. Aber das Blaue liegt ja immer noch da unten. Na. Mhm, mhm, mhm. Ai, ei, 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 ei. So. So. Ei, ei, ei. Oh. Nein. Au. Der vielleicht zwei Mal, alter. Ja, fahren wir runter. Ist auch gut. Ei, 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 ei. Oh Gott. Ist ziemlich gefährlich hier oben im Nachtkampf. Ah. Ja. Aber was soll man da machen? Abhauen bringt ja auch da nix. Dann schmeißen die halt ihre Wurfmesser in meinen Körper von hinten rein. Ja. Ah. Oh Gott. Könnte man auf diesen Balken runter? Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Ah. Ähm. Ich denke ich daneben. Wollen wir jetzt hier versuchen. Ah, er kommt. Und... Äh. Bitte, was? Ach komm. ja genau Ich hab ihn unterbrochen, das ist gut. Na ja, gut, aber klappt das bei den anderen auch? Boah, ich glaube das Ding nutzt mir hier oben nicht so viel, weil ich mein, es nimmt mir auch die Sicht ein wenig, so Vorsicht. Ob ich die Seele wieder einsammeln kann, ich weiß es nicht. Nehmen wir den Pfeil, das ist noch zu weit. Oh Gott, oh, warte, warte, warte. Da muss man noch echt vorsichtig gehen, ey. das ist ja okay ich könnte nein ich kann leider nicht von hier oben eine rolle machen denn da runter das geht nicht und da geht es auch nicht weiter eine säule im wege ist okay mal kurz anlocken und dann weiter kommt gott vorbei oh oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott ein Gesaft, oh Gott, der ist runtergefallen ich kann ihn noch anlocken komm, komm, komm Aua, Moment egal, ich will dich weg haben haha nein ah, Mist, da war der Weg zu weit okay, aber ich habe ihn auch okay, jetzt heilt nach die Seelen hin oh Gott, das ist so hoch hier weg weg oh je oh Gott, mich so eiern hier schön langsam langsam, langsam oh Gott okay, die habe ich erstmal so da ist eine Kiste wie kommt man denn da bitte hin ach, da fällt auch die Treppe zu sein okay oh Gott jetzt nicht runterfallen dann kommen wir dann auch alle wieder ach, geschafft dann haben wir da nein den Ebel nehme ich jetzt nicht Aua Moment ich piks tja damit habe ich nicht gerechnet, dass ich eine ganz gute Waffe habe ähm ich hole aber keinen da hinten zur Kiste hin ist ja gar nichts äh alles goldig hier hallo Moment da hinten ist ne Treppe geht er denn runter und dann ha keine Ahnung ähm den wollte ich jetzt eigentlich nicht machen genau ich wollte hauen aber egal jetzt bin ich voll ist hier nix warte mal hier nochmal hm ne das wäre wohl zu hoch aber ich komme sonst nirgends anders hin wie komme ich denn da rüber wenn ich hier nirgends weiter komme das ist ja seltsam das ist ja seltsam ne hier geht es ja auch nicht weiter hier geht es ja auch nicht weiter hm nein nein da oben ne ne äh wie komme ich denn da hinten runter oder hin überhaupt das ist ja merkwürdig Vorrichtung bewegt sich nicht, wieso das denn nicht? Aha, das ist auch noch so ein komischer Dämon hier, vielleicht so eine Art Füssen, was könnte man sagen. Hier ist auf einmal der Ton weg, der komisch Pfeif, da oben ist was blaues. Ja, schön, aber wie komme ich denn drin? Erstmal geht es runter, aber das ist nur diese eine Drehung. Oh, hi. Sag mal, wo kommst du denn her? Ja, runter ist auch gut. Dann kam ich da oben. Okay. Hihi. Ähm, ist es gut, was ich da jetzt bekommen habe? Okay. Einmal ein Helm, ein 15, super. Der ist ja mal gar nichts. Okay. Und dann gab es auch wieder mal eine Waffe. Ähm, 115 schonmal. Oh ja. Oh ja. Nein, nichts. Okay, das ist jetzt dasselbe nur hier unten. Dann muss ich schon erstmal hier hin zu dieser einen Kiste kommen. Da ist der Kronleuchter. Da sind die weißen Geister. Oder wie auch immer. Gut, die sind jetzt nicht so gefährlich, die weißen. Hi. Im Big Horn habe ich ihn noch bekommen. Wo ist ein Messer? Na immerhin, da kommt einer. Na komm. Vorbei. Vorbei. Ja, kann so noch was anderes außer werfen. Ich kann schon mal wie das hier. Und ich werde der Druckmesser. Jawohl. Okay. Da kommt einer. Na komm mal her. Ja genau. Schmeiß mal die Wasen kaputt. Du einmal. Und. Pix. In der Luft. Ein bisschen. Er wollte gerade springen. Oh. Schwarzalsenrüstung habe ich hier. Okay. Und ein Schild auch noch. Eine Schwarzeisenschild. Eine Schwarzeisenschild. 80. Aha. Ich habe immer mit 93. 90. Das Ding wiegt auch einiges mehr. Holla die. Okay. Okay. Mh. Schwarzalsenhelm. Gewicht 6. Hm. Naja. Schwarzaltenrüstung. 68, okay, ich hab da 39 im Moment. Die wiegt aber 15,6. Abwehr 68, 64, 68, da. Ich hab hier knapp 40, etwas über 40. Huh, okay, ähm. Lass mal gucken. Äh, wenn ich jetzt die anhabe, die ist dunk. Die scheppert. Hm, gut, im Moment muss ich jetzt nicht so dringend ausweichen. Ähm. Und fix. Fix. Oh, beide. Super. Oh, beide. Super. Ah, hier kriegt man einen guten Wurfmesser. Hier kann man echt Wurfmesser sammeln. So, ich will mal gucken, was haben wir denn hier am Kronleuchter. Ein Zauberspruch. Große Zauberwaffe. Aha. So, ein großes Gemälde. 20 Meter hoch, 10 Meter breit, oder was? Keine Ahnung, decken wir gleich eben so an Mario, oder? Untersuchung. Jo, untersuchen wir es mal. Vorrichtung bewegt sich nicht. Aha. Vorrichtung, bisschen von Vorrichtung. Gut. Das Bild soll sich ja auch nicht bewegen. Das ist hier unten gar nichts. Aber ich muss auf die andere Seite nach oben kommen. Oder so. Merkwürdig. Hier ist auch kein Gang nach oben. Komme ich denn da oben hin? Merkwürdig. Hier wäre ein guter Platz gewesen für eine oder zwei Kisten. Aber ist leider nicht. Nee. Da hatte ich Kämpfe nach oben irgendwie hin, aber weil da doch eine Treppe nach unten geht. Merkwürdig. Na gut. Dann mache ich hier erstmal Schluss für heute. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bleib gesund oder werde gesund. Und dann bye bye.